Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Durch die Nebenwirkungen der Impfkampagnen werden Personalausfälle verursacht, reichere Länder werden auf Facharbeiter, solange diese überhaupt noch benötigt werden, aus dem Ausland zurückgreifen und damit die Arbeitsmigration vorantreiben. Das wird einen negativen Effekt auf die Herkunftsländer dieser Migranten haben, weil ihre Länder durch die fehlenden Fachkräfte geschwächt und sich selbst überlassen werden. Nachdem ein Großteil der sogenannten Facharbeiter migriert ist und das Ursprungsland der Migranten zu zersetzen droht, wird die globale Elite mit der Plünderung und dem Ausverkauf der geschwächten Länder beginnen. Die Arbeitsmigration kann aber auch als Vorwand eingesetzt werden, um die Wirtschaft des Ziellandes zu zerstören. Dazu müssen nur genug unqualifizierte Arbeitnehmer importiert werden, um durch mangelnde Fachkompetenz einen möglichst hohen Schaden anzurichten. Weil entsprechende Qualitätsnormen oder Verfahren nicht beherrscht werden. Falls Unruhen provoziert werden sollen, reicht es aus, ein Land mit Arbeitsmigranten zu überfluten. Dies wird zu Konflikten zwischen den Einheimischen und den Migranten führen, die in Bürgerkriegen münden und das Land destabilisieren. Der künstlich erzeugte Personalüberschuss wird von den Großkonzernen dazu ausgenutzt werden, um die Arbeitsbedingungen zu diktieren. So kann man die Menschen mit Billigung der Regierung noch effektiver ausbeuten. Freiheitliche Werte und die Würde des Menschen gehören dann der Vergangenheit an. Nachdem die einheimischen klein- und mittelständischen Betriebe systematisch kaputt gemacht und ein Großteil der Bevölkerung arbeitslos gemacht worden ist, kann den Opfern mit Leichtigkeit eine teils sozialistische und kommunistische Struktur aufgezwungen werden. Auf diese Weise können Wohnraum, Energie oder Nahrungsmittel vom Gehorsam oder dem CO2-Budget abhängig gemacht werden. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist.